Leute, wenn wir 100 Likes schaffen sollten, kaufe ich die Schuhe und trage die einen Tag lang. Einen wunderschönen guten Morgen, wir müssen hier kurz mal eine Wohnungstil zu machen, sonst hört sich immer jeder Quatsch, morgens wenn alle noch schlafen. Ja, ich mache mich gerade fertig, wir haben jetzt, guck mal, ich habe ein richtiger Lackschuh hier mit den Haaren. Wir haben es jetzt, ich weiß es gar nicht, wir haben kurz vor 5 irgendwie sowas, um halb 6 muss ich losfahren zu arbeiten, damit ich um 6 anfangen kann. Ja, heute ein bisschen früher wie sonst, ich werde mir jetzt die Haare machen, dann werde ich noch schnell was snacken, was trinken und dann geht es auch schon los und dann beginnt der ganze Tag. Guten Morgen Sam, guten Morgen. So, ich bin jetzt während meiner Mittagspause zum Rewe gefahren und hole mir jetzt was zu snacken. Fuck, Kinderschütte Coupons sind ausverkauft, sorry Kati, dann holen wir uns Mambas. So, heute teste ich mal auf der Arbeit den Unterschied zwischen Vita-Malz und Cara-Malz. So, ich bin wieder zu Hause, wir haben jetzt Feierabend. Der Sammy ist auch da, Sammy. Sag mal Hallo. Ja, auf jeden Fall, ich bin jetzt da, ich war jetzt gerade noch bei der Apotheke, ich habe mir hier so Oropax Clean Plus geholt, weil während der Arbeit ist mir irgendwie das Ohr zugegangen. Ich höre total wenig auf diesem Ohr, zu viel Flüssigkeit, Wasser drin, ich weiß es nicht. Und dieses Spray, das reinigt das. Bin ich mal gespannt, habe ich 6 Euro für bezahlt und wenn nicht, müssen wir halt zum Ohrenarzt. So, ich war jetzt gerade duschen, habe davor noch diese Ohrendusche gemacht. Ja, und wie ein Wunder, wie ich es schon vermutet habe, es hilft nicht. Ich mache das gleich nochmal in einer Stunde oder zwei, ich stehe drauf. Und dann gucken wir mal, ansonsten muss ich dann leider ziemlich beim Ohrenarzt machen. So, jetzt steht heute noch was ganz, ganz Wichtiges an. Abgesehen vom Aufräumen. Nämlich verschicke ich heute an meine engsten Freunde und Familie meine Geburtstagseinladung für meine Geburtstagsparty. Die müsste am, ja ist am 18.07. Ja, doch, habe ich gerade nachgeguckt. Ist 18.07, da feiere ich meinen Geburtstag. Hoffe ich, dass die meisten zusagen. Das müssen wir jetzt erstmal machen. Und die lese ich euch einfach gleich vor, oder? Einladung zu meiner Geburtstagsparty. Meine 22. Geburtstagsparty steht vor der Tür. Auch du sollst dabei sein. Für das leibliche Wohl ist natürlich bestens gesorgt. Unterhopfen wird hier niemand. Bier Smiley, Hotdog Smiley. Wann? 18.07.2020 Wo? Bei mir zu Hause. Einlass ab 19 Uhr. Bitte bis zum 10.07.2020 Bescheid geben, ob ihr kommt und ob ihr eine Begleitperson mitbringt. Ekelhaft, Pogst. Ach ja, um das nochmal aufzuklären, Karamalt schmeckte besser. Schmeckt das wie Capri-Sonne-Orange? Wir probieren's. So, da sind sie ja. Leute, wenn wir 100 Likes schaffen sollten, kaufe ich die Schuhe und trage die einen Tag lang. Und 1.4.50. So, meine lieben Freunde, wir sind wieder zu Hause. Es hat echt den Ström geregnet gerade. Ich lege mich jetzt aber auf die Couch und werde meine Serie gönnen. Und so beenden wir den Tag, wie wir ihn angefangen haben und hoffen, die sind wir morgen wieder so früh wach. Weil der Tag ist dann echt geil, wenn da so viel Zeit ist. Deswegen, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder.